Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Last of Us. Wir sind hier im Museum. Wir haben die anderen zwei verloren und hier waren wir gestern und ich würde sagen, wir gehen erst mal kurz hier runter. So. Wurde geplündert. Waffen wurden geplündert. Gibt es hier was? Auch nicht. Guten Kopfschuss haben wir gerade gemacht. Sauber. Gib mal. otros besucht uns! achieve hier, keinen ober den illuminateden aber das ist sogar und Musik über diese Das ist aber ganz schön drin. Joe! Scheiße. Ich hab's! Aber wie gibt's denn hier? Oh! Das war verdammt knapp. Verbunden. Oh Mist. Hier geht's wahrscheinlich weiter, aber ich will nur mal nachschauen, ob wir alles haben. Da gehen wir mal. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Tja, das gilt. Gut. Dann bin ich okay. Wir müssen irgendwie rüber. Da ist es! Unser Zielort. Gibt's? Gibt's? Gibt's hier was? Ah, zwei Bretter. Gut dann. Dann nehmen wir den hier, wenn wir hier schon hier sind. Dann nehmen wir auch gleich dieses Brett mit. Damit wir da auch rüber können. Aber zwei Bretter brauchen wir ja nicht. Das reicht ja, wenn wir eins... Entschuldigung. Wenn wir... ...ein Brett benutzen. Das reicht dann. For Elise. Könnte ich jetzt... Ne, könnte ich nicht. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Können wir noch ein Brett holen? Ich weiß es gar nicht, ob das überhaupt jetzt noch gehen würde. Ich glaube aber nicht. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Warn. Aber Mann. Was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Aber der Weg wird nicht leichter. Wir werden noch weiteren... ...klickern, Zombies treffen. Hey, es geht weiter. Vielleicht auf Soldaten. Das könnte alles... Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Gleich hier um die Ecke. Kommt! Wollen wir erstmal hier... Ja, ihr geht mal schon mal weiter. Ich guck. Mich erstmal hier um. Ob wir hier überhaupt... Müllsäcke... Ne. Aber das wissen wir ja halt nicht, ob das... Nee, hier gibt's auch nix. Alles klar. Aber... Da haben wir Munition. Flieh mal an. Wir haben Firefly-Befehle. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Fehle Treffpunkt-Bereich patrouillieren. Stellen sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht. Bevor sie das Mädchen zum nächsten Unterstopf bringen. Sie muss gut ernährt und bei besserer Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Hm. Das will schon was heißen. Ähm. Da müssen wir lang. Hier haben wir Müllcontainer. Müllcontainer. Wo alte... ...verweste Leichen drin liegen. Mhm. Hoch und drüber! Unter construction. So. Na also. Endspurt, Tess! Ähm. Nur, dass das klar ist. Ich kann nicht schwimmen. Aus der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Gut, dass Marien euch gefunden hat. Alles volle Algen hier. Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Und Fröschen. Aber... Ich will nicht bedanken. Was stört hier? Ja, kein Ding. Das ist doch gut. Gibt's hier was? Bödschen. Ne, gibt's nix mehr. Nein. Nein! Nein! Und was machen wir jetzt? Ah, Mist. Was hast du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwohin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt, ob ihr Verste... Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also, bring sie zu Tommy. Shit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir sollen dich einfach hier lassen? Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein. Geh einfach. Geh doch endlich. Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wie das Blut da gerade geklistert hat, ne? Oh, Mann. Das wird jetzt ein tolles Abenteuer. Ab hier beginnt das Spiel, das ist richtig. Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. War hier nicht was? Sie hat zwei Männer getötet. Oh mein Gott. Oh nein. Sie ist tot. Ja, das war auch abzusehen. Und wo ist Ellie? Wo ist denn Ellie jetzt? Wir werden bald hier sein. Ach, hinter mir. So, das war's auch. Den Rest haben wir. Auf, was? Nicht. Nee. Hier haben wir jetzt eine Schrottflinde. Gewehr. Saubere Sache. Reine, kommen Sie gleich. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Ich geh hier lang. Du. Im Flur nachschauen. Komm so. Mach einen Fehler. So, den ersten haben wir schon mal. Dreckiger Bastard. Also wir leben noch. Normal müssen die uns ja... helfen oder so. Warte. Irgendwie, irgendwas geht da schief grad. Aber zum Glück schießen wir nicht. Dann werden die anderen schon längst hier. Also Ruhe. Komm her. Komm her, Ellie. Komm her. Warte. 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 Das ist so perfect. Was war der Einzige? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin hinter dir. Wir hätten den einen eigentlich auch lautlos umbringen können. Weil der Kuta gestanden hat. Ist er da? Ja, gut. Geht's hier weiter. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht wie viel es ist. Dahinten sind zwei. Jetzt haben wir schon drei Messer. Warte mal. Der hat uns glaube ich nicht gesehen. Da kommt einer. Sauberer Schuss. Was ist denn das für ein Heini? Der sieht uns gar nicht. Was ein Depp. Müsste gewesen sein. Oder? Oder? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Mal vor den Helm weggeschossen. Mal vor den Helm weggeschossen. Den haben wir. Nein, du greifen! Nein! Nein! Du greifen! Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Joel! Da ist der Helm vom anderen. Ich glaub wir haben alle. Also ich schlag mich echt besser. Das letzte Mal. Das letzte Mal. Das letzte Mal. Haben wir hier was? Ähm. Haben wir nix? Gehe ich hier mal weiter. Kleine Snacks. Also hier waren wir. Dann. Ja, haben wir hier eigentlich alles. Geholt. Ja. Ja.